Von euch wurde es verlangt und jetzt ist es wieder da, Mario Kart 8 Online. Ja, das Projekt hat jetzt ein Reboot gekriegt und ja, ich habe das so ein bisschen überarbeitet und jetzt ist das eigentlich, glaube ich, okay so. Ich werde jetzt nicht ins Detail gehen, wie und was. Ihr habt es schon am Pump-Nail gesehen, heute dreht sich alles um die Gamescom und bei dieser Mario Kart 8 Online Serie oder Reihe von Videos geht es halt darum, es geht bei den Themen immer halt auch um mich. Also wir werden hier nichts besprechen, womit ich nicht direkt Bezug drauf habe. Und so ist es mit der Gamescom so, dass ich die dieses Jahr besuchen werde. Es ist meine erste Gamescom. Das Line-Up der Spiele ist jetzt nicht so wirklich cool. Aber dennoch gibt es sicher an jeder Ecke etwas Tolles zu sehen. Ich werde am Mittwoch da sein, an diesem Fachbesucher-Presse-Tag. Ich habe da von einem Kumpel eine Wildcard gekriegt, die er nicht mehr brauchte und da sage ich nicht nein. Eigentlich gehe ich so ziemlich nie auf die Gamescom, aus dem einfachen Grund, weil es zu viele Menschen sind. Aber wenn es schon an diesem Tag, wo die Gamescom ja eigentlich noch geschlossen ist und nur für diese Wildcard-Besitzer offen ist, ja, dann sage ich nicht nein. Und ich werde mal schauen, was ich da so alles anspielen kann, weil es sind doch schon einige Spiele da, die interessant sind. Ob Breath of the Wild Spielwaffe sein wird, weiß ich nicht. Das ist ja so eine Sache, da muss man sich ja irgendwie einschreiben oder keine Ahnung. Mal schauen, mal schauen. Jedenfalls werde ich da ein bisschen rumfotografieren und meine Meinung zu den einzelnen Spielen äußern. Ähm, ansonsten, ja, Grüße an André, der sofort bei der ersten Ausgabe im ersten Rennen dabei ist. Das flinke Luder. Ne? Sofort gesehen, der Blackstar, der spielt Marika Dacht. Zack, CD rein und dabei. Ja, Freunde, die Parts werden definitiv ein bisschen kürzer, also es ist immer so ein kleines Statement. Sie werden wöchentlich kommen, einmal vielleicht, außer es gibt mehr zu erzählen. Und ich hoffe, so ist das ganz okay. Also, es werden auch keine Nummern, also Folgennummern, entstehen, sondern jedes Video hat seinen Titel halt und ich nenne das jetzt auch nicht Let's Play oder so. Oder mal schauen. Also, ich arbeite noch dran, aber ich bin schon froh, dass wir so weit gekommen sind, dass wir wieder aufnehmen. Ja, und zwar will ich jetzt noch kurz Bescheid geben, falls ihr auch auf der Gamescom seid, am Mittwoch zwischen 1 und 5 Uhr. Wenn ihr mich aufsuchen wollt, könnt ihr das tun. Ich werde ein bisschen auffälliger gekleidet sein. Ich werde nämlich auf meinem T-Shirt hinten auf dem Rücken einen Blackstar stehen haben und ich werde einen Splatoon-Tintenfisch bei mir tragen. Also, wenn ihr so einen Freaks irgendwo findet, das könnte vermutlich ich sein. Also, sprecht mich ruhig an. Bin mal gespannt, ob ich überhaupt jemand von euch treffen werde. Aber, ja, habt keine Angst, ne? Sprecht mich ruhig an. Und, ja, bin mal gespannt. Wird vermutlich lustig. Ich habe natürlich auch meinen Ders dabei. Also, 3 Ders, ne? Also, ihr könnt auch meinen Street Pass normalerweise empfangen. Und, ähm, ansonsten brauche ich nichts zu sagen, ne? Es kommt jetzt ein bisschen kurzfristig. Ich habe das Ticket jetzt, glaube ich, am Samstag gekriegt oder so. Und, äh, oder am Freitag irgendwie. Ja, so Samstag, Freitag. War so in der Nacht. Und, ähm, ja. Deshalb wollte ich halt vorerst noch nichts sagen. Das war schon länger in Planung, Aber, es sah dann einmal aus, als würde es nicht klappen. Dass ich nicht die Gamescom besuchen könnte. Und, deshalb habe ich das ein bisschen geheim gehalten bis jetzt. Aber, jetzt steht es fest. Ich habe das Ticket auf meinem PC. Printe es nur noch raus. Und, äh, dann kann es schon losgehen. Ja, und ansonsten, ähm, ist das schon alles für diese Folge. Ist ein bisschen kürzer, aber das ganze Projekt würde ein bisschen kürzer sein. Ähm, ja. Lassen wir den Abonnent vorne. Äh, kriege ich ihn noch? Kriege ich ihn noch? Ah, wird vermutlich den Panzer nach hinten schmeißen. Ja, die Drecksau. Und ich werde dritter. What the fuck? Gleich mal Betrug in der ersten Folge. GG. Ja, Freunde, das war Mario Kart 8. Ich denke, erste Folge war ein Erfolg so. Wie gesagt, wird immer etwas kürzer. Und bis demnächst.